Musik 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 Das ist auch Schiedsrichter-Bestechungen oder was? Ja, ich will schauen ob du besser pfalschst Wieso? Das ist fertig. Äh, unser zweites Battle heute Also, Prien vs. Niederring Banana vs. Hannes Oder Sau im Niedermosen, muss man ja sagen Ja, bitte, ja Ich würd' mal sagen, native speaker liest mir Regeln vor Regeln, erstens Flat ground only Das heißt, alles am Boden zählt Aber keine Fis am Boden Was heißt, die keine Komplies, keine Boneless, keine Grabs, keine Handplanes Zweitens, weil bei 180 oder so 6 das nachzieht Wie zum Beispiel mehr als 90 Grad Muss nochmal Das bedeutet auch, es gibt keine Reverts am Boden Wenn dann nur in der Luft bzw. weniger als 90 Grad reverten Drittens Offensive Toe Drag Mit den Zehen am Boden bedeutet nochmal machen Viertens, mit dem Tail Nose nach einem Trick aufsetzen gilt nur als gestanden Wenn man danach clean weiterfährt Also nicht mit dem Tail Nose weiterschleift Ansonsten gibt's einen zweiten Versuch Fünftens Der letzte Versuch der auf zwei Mal gemacht werden Du bist jetzt auf Bayerisch, bist du Löwe Achso, wie heißt der Deutsche lieber? Nein, nein, wir sind nur in Bayern In Bayern In Bayern Stein, Schere, Papier Was ist das nicht ganz schlecht? Das ist der one, die beginnert Beiere Achso 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 Oh, Warnein! Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.